hallo leute herzlich willkommen auf den ganzen gaming und heute spielen wir wieder wie ihr sehen könnt eine runde lego fortnite wir haben ja in der letzten folge irgendwie die nacht gehabt keine ahnung warum es jetzt nicht mehr nacht ist wir reden mal mit der kuschelbeauftragte was kann ich für dich was kann ich für die tun die sollten wir uns noch vom sonst noch vorbei machen wir sorgen wegen den des regens vielleicht brauchen wir einen unterstand du kannst eine kleine hütte bauen indem du das baumenü in der kategorie gebäude verwendet in dabei okay also ich brauche einfach holz so eine waldachs die kann ich mir nämlich jetzt herstellen und dadurch auf jeden fall um einiges mehr einiges mehr an dingens bekommen ich weiß gerade nicht welchen knopf ich drücken muss um ein nicht kann jetzt hängt die wieder auch mit anspanzen ins im winter ich kann die sache nicht auswählen was ist das jetzt danke das ging gerade nicht so was wir erstmal machen müssen ist hier wieder das ganze inwärts ruhig einer ernten sagt er nehme ich dass das hier aber im wäre die nehmen wir doch mit die hier auch hier ist sogar noch heute auf dem boden die nehmen wir auch mit wenn man eventuell die lautstärke tatsächlich ein bisschen mehr darunter machen dass sie nicht ganz so laut dieses spiel gehört oder ist das immer noch zu laut macht vorsicht aber noch ein bisschen oder okay ich würde sagen wir fahren jetzt hier erstmal alle bäume die hier so sind dann gucken wir mal dass wir hier so ein kleines dörfchen bauen oh ich warte mal jeder hinten irgendeine hütte gehen wir auch mal eventuell dahin vielleicht bauen wir uns sogar die hütte dahinten hin müsste ich halt wieder alles mitnehmen habe ich da bock drauf ich weiß es ist auch hier so ein system dass man irgendwann voll ist oder kann man jetzt unendlich viel holz hier ane du hast ja also irgendwann bist du auch voll tatsächlich das geile ist hier sind hin werden die kann ich halt die sie mitnehmen ich glaube ein stack ist hier tatsächlich 30 oder ich weiß es nicht ja ein stack ist tatsächlich bereichlich okay so eben mal kurz dahin und nimm alles mal mit aber bevor ich das mache kann man hier auch irgendwie fackeln machen genau herstellen wann kriege ich denn mehr sachen zum herstellen aua müssen wir tatsächlich ein bisschen mehr essen weil sonst verhungere ich so okay nehmen wir das hier mal mit ja ja lach ruhig weiter so mitnehmen ey nimm was jetzt nimm was danke komm mit wir erkunden diese welt laufen wir mal nach da hinten würde ich sagen wir schaffen wir haben ja auch irgendwie wie die haltbarkeit von den irgendwie streichen ich will ich streicheln dann komm her wenn du dich streichen jetzt dann warst nein du haust nicht ab oh hier sind auch bären nice okay ich sagen wir gehen mal nach da hinten kann ich hier irgendwie schneller schwimmen die betrittsgras was er wo sind jetzt die hütte auch da schneller irgendwas gerade gehört okay so jetzt let's go gucken was da drin ist ist eine kiste drin und was ist das nehmen wir einfach mal mit ne das machen wir auch kaputt okay ich würde sagen ich nehme das doch nicht mit weil das braucht ewig gut sägewerk station hier okay bauen wir doch mal hier das dahin dann bauen wir noch uns ein lagerfeuer das würde ich hier so äh nein ins mittel hinpacken so dass wir hier auch immer schön warm haben bräuchten ein sägewerk da brauchen wir granit ok das sollten wir easy eigentlich herkriegen jürbis jetzt fängt es an zu regnen das heißt mir wird kalt sieht beim regen das feuer aus nö eigentlich unrealistisch aber was denn sonst ich brauche granit jetzt gib mir doch mal granit her und sammle diese himbeeren ein danke ja hier granit wow wie viel brauche ich 15 ne können ja auch ein bisschen tatsächlich ähm an himbeeren sammeln weil nahrung ist wirklich sehr gut eigentlich so holz nehmen wir auch mal mit hier ist noch granit hier ist noch essen für mich tatsächlich bam 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 ich brauche stein jetzt habe ich zwölf ich darf nur nicht zu weit weg weil sonst finde ich es nicht wieder einen noch bam gib mir den einen bam ja ich habe die 15 ab nach hause ich würde sagen ich baue jetzt gleich einen Unterschlupf damit weil die das unbedingt will aber ich frage mich gerade wo die hin ist tatsächlich denn sie ist nicht hier oh hallo danke für dein fleisch naja egal hm 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 und jetzt genau das sägewerk das kann man glaube ich aber war doch hier schon sägewerk werkbank ach nee das ist eine werkbank das ist jetzt das sägewerk kann aber nicht benutzt werden mhm heute starb fünf gegenstand rezepte in rad ok ein grill brauchen wir einfach nur 30 dinge davon ok einfache hütte ok hier kann man einfach nur alles bauen hier kann man einfach nur alles bauen oder nicht oder nicht ey jetzt ist es weg ja egal ich sollte eventuell auch mal hier so ein dach bauen tatsächlich dass ich mal ein bisschen abreißen so mir ist kalt ja dann bleibe ich halt hier unten einfach ja komm ich würde sagen ich baue einfach mal das ist ein boden hm warte wie kann ich das denn bauen ein anderes objekt ist im weg aha also da darf nichts stehen oder was das ist doch gescheuert ok gut dann mache ich einfach eine wand ne ein dach meine ich hier da hütten dach kann ich das nicht hier so hin platzieren oder was nö ich glaube ich brauche erstmal tatsächlich eine wand Blame ist na komm ich lass das erstmal so essen auf jeden Fall erstmal wieder was bauen dann einen Grill würde ich sagen kann im Regen nicht benutzt werden ja das ist scheiße komm ich würde sagen ich baue jetzt diese Hütte ähm ah so jetzt ok wo platzieren wir das denn weil hier kann ich es nicht hin platzieren kann man es denn drehen aha so bam starte mit dem bauen zwei Hüttensäule oh ha man muss sie ja so richtig selber bauen einfach sag ja schön dass es mir keil ist das interessiert mich gerade eher weniger teile austauschen so jetzt noch eine Hüttenwand und einen Boden oh oh so ich brauche doch nur ein Dach ja okay eigentlich hier rein hier rein komm 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 Junge hierKK Komm, dieses Viech auf einmal her, Junge. Ey, wo muss dieses Kackbeiner-Tisch-Scheiß-Tricksteil denn hin? Ach, da oben. Was soll das denn da hoch, Junge? Drehen. Bam. Oha, ich kann jetzt ein Bett bauen. Okay. Kleine Truhe kann ich jetzt auch bauen. Bauen wir mal einen Boden. Hier einen Boden. Aber das ist ein bisschen zu hoch tatsächlich. Guck mal. Ja gut, egal, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut euch den auch in meinen Discord-Saber vorbei. Aktivide, glaube ich, damit ihr keinen Video mehr verpasst habt. Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sandow. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.